So liebe Freunde, im heutigen Video geht es um das Ding hier. Diese Grafik soll den Dynamikumfang der Nikon Z6 III im Vergleich zur Z6 II zeigen. Und seitdem es das Ding gibt, ist es wirklich ein absolutes Dauerthema. Es brennt bei vielen wirklich lichterloh und die Kritik ist wirklich sehr hart in Richtung Nikon. Viele schreien, wie kann es denn sein, dass eine neue Kamera auf den Markt kommt und einen schlechteren Dynamikumfang hat als der Vorgänger. Nun ja, bis hierhin würde ich vielleicht noch mitgehen, aber in der Regel war es auch schon immer so, dass schnellere Sensoren einen schlechteren Dynamikumfang haben. Aber wie ist das wirklich und vor allem wie praxisrelevant ist das wirklich? Ich habe mir das angesehen und möchte heute mit euch darüber reden, also lasst uns in das Video starten. Viel Spaß dabei und los geht's. In diesem Video vergleichen wir den Dynamikumfang der Z6 III mit der Nikon ZF, was ja quasi die Z6 II ist, nur in anderem Gehäuse, und der Nikon Z8. Aber bevor wir das machen, müssen wir uns eigentlich nochmal vorher die Frage stellen, worüber reden wir hier überhaupt? Seitdem Foto für Photons oder keine Ahnung, wie diese Website heißt, dieses Diagramm geliefert hat, was beweisen soll, dass der Dynamikumfang eben schlechter ist in der Z6 III, wird darüber heiß diskutiert. Worüber diskutieren wir? Wir reden über 0,8 eV in etwa im Bereich von ISO 100 bis ISO 800. Darüber hinaus ist der Dynamikumfang fast identisch. Und das, was mich so ein bisschen stört an der ganzen Geschichte ist, dass diese Diskussion, die wir jetzt überall führen, in den Kommentaren und Foren, gar nichts mehr mit der Realität und mit der Praxis zu tun hat. Es geht nur noch um diese Zahlen. Und ganz krass finde ich es dann eben, wenn Leute in den Kommentaren oder Foren irgendwo schreiben, dass sie jetzt ja gar keine guten Fotos mehr machen können oder wesentlich schlechtere Fotos als vorher, weil der Dynamikumfang jetzt schlechter ist. Hey Leute, holt mal Luft. Ein weiteres Problem ist, dass viele Dynamikumfang und Bildqualität miteinander verwechseln oder gar miteinander vermischen. Aber das führt die Diskussion in eine völlig falsche Richtung. Die Bildqualität hat ja gar nichts mit dem Dynamikumfang zu tun. Und dass diese 0,8 eV in der Praxis für die wenigsten von euch von irgendeiner Relevanz sein sollten oder sind, werden wir uns jetzt bei den Testaufnahmen ansehen. Insgesamt gibt es drei Testszenarien. Test 1, dort habe ich die Unter- und Überbelichtung getestet. Wie viel können wir jeweils bei den Kameras zurückholen? Test 2, Low-Light-Fähigkeit im Vergleich und Test 3, Lichter reduzieren und Schatten aufhellen in einem Foto. Das bedeutet harte Kontraste. Dann starten wir mit dem ersten Test-Szenario und hier seht ihr eigentlich gleich an der ersten Aufnahme, dass diese Dynamik-Tests eigentlich alle wirklich humbug sind und rein gar nichts mit der Praxis zu tun haben. Denn das Bild, was ihr gleich sehen werdet, ist schwarz. Ich musste das Bild mit minus 6 eV aufnehmen, damit wir diesen Test überhaupt machen können. Und jetzt stelle ich mir schon die Frage, direkt am Anfang, bevor wir überhaupt loslegen, wer belichtet so seine Bilder? Also zumindest, wer macht das bewusst? Ich kenne niemanden. Wir nehmen jetzt also quasi ein schwarzes Bild auf und ziehen dann die Belichtungsregler so weit hoch, wie es geht, um zu sehen, wie viel Informationen sind in den schwarzen Bildern enthalten. Und dabei fällt auf, dass ja, die Nikon ZF, also die Z6 II, etwas besser wegkommt, wenn es um das Rauschen geht. Es ist also wirklich bei der Z6 III etwas mehr Rauschen in den dunklen Bildbereichen zu sehen, wenn wir eben das Bild so krass aufhellen. Weiter geht es mit einer Unterbelichtung von 5 Blendenstufen und auch hier sehen wir, wenn wir uns das Bild erstmal im Original anschauen, dass da quasi fast alles schwarz ist. Man kann leichte Konturen erkennen von den helleren Bereichen wie dem Nikon Schriftzug, der Nikon Z8, die dort beim Testszenario steht. Und wenn wir hier die Bilder aufhellen, kommen wir auf das gleiche Ergebnis. Es bleibt dabei, hier rauschen ebenfalls die Bilder der Z6 III etwas mehr. Hier ist mir aber aufgefallen, dass die Z6 III dafür die Farbe besser hält. Vor allem in den dunkleren Bereichen sind die dann doch etwas realistischer. Bei drei Blendenstufen Unterbelichtungen sind wir jetzt an dem Punkt, wo das Bild, wenn wir es jetzt aufhellen, wirklich absolut sauber ist. Da ist kaum noch Rauschen vorhanden und das Bild sieht aus, als wenn ihr es perfekt aufgenommen hättet. Und wenn wir uns jetzt nochmal das Original anschauen, dann stelle ich mir eben schon die Frage, wer fotografiert denn bitte so falsch, ohne das jetzt negativ zu werten? Also vielleicht gibt es ja auch Gründe oder, keine Ahnung, irgendwelche Szenarien, wo das wirklich mal passieren kann. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, aber ich sehe halt ein Bild, was komplett unterbelichtet ist. Und wenn ich bei einem Shooting wäre, würde ich da ja direkt gegensteuern und das Bild auch heller aufnehmen. Denn drei Blendenstufen Unterbelichtungen sind schon eine ganze Menge. Und trotz alledem könnt ihr bei beiden Kameras den Regler hochziehen und bekommt ein absolut sauberes Bild, was fast frei ist von Rauschen und einfach erstklassig aussieht. Und ganz ehrlich, braucht man wirklich mehr? Habt ihr jemals so ein dunkles Bild aufgenommen? Schreibt doch mal bitte ganz ehrlich eure Meinung und vor allem eure Erfahrung auch in die Kommentare. So, und der Vollständigkeit halber reden wir auch noch über eine Blendenstufe Unterbelichtung. Wenn wir das Bild hochziehen, gibt es bei beiden Kameras gar keine Probleme. Ist ja klar, wenn es bei minus drei schon keine Probleme gibt, dann auch bei einer Blendenstufe nicht. Kommen wir zum Part der Überbelichtung. Bei der Überbelichtung ist es ja klassisch so, dass man da nicht so viel Spielraum hat, wie bei den dunklen Bereichen. Und hier ist es eben schon so, dass wir schon bei einer Blendeüberbelichtung Probleme bekommen in den ganz hellen Bereichen. Die Nikon ZF oder Z6Y liegt hier einen ganz kleinen Hauch vor der Z6 III und die Z8 hat gegenüber beiden noch einen kleinen Vorteil. Tja, und bei drei Blendenstufen Überbelichtung fallen die Bilder dann natürlich komplett auseinander und hier kann nicht mehr viel gerettet werden. So, dann habe ich das Ganze auch nochmal im Bereich High-ISO getestet, weil auch hier heißt es ja, die Z6 III würde extrem rauschen. Also es gibt ja mittlerweile die wildesten Kommentare. Ich bilde mir da immer erstmal meine eigene Meinung und das habe ich gemacht. Z6 III gegen die Nikon ZF. Der erste Test bei ISO 6400 hat dazu geführt, dass ich bei beiden Bildern keinen Unterschied gesehen habe. Ich kann bei beiden Bildern nicht sagen, welches jetzt mehr oder weniger rauscht. Also habe ich das Ganze nochmal richtig auf die Spitze getrieben und beide Kameras auf ISO 25600 gestellt. Ein Wert, bei dem wahrscheinlich kaum einer noch fotografieren wird. Aber selbst hier sehe ich bei beiden Kameras keinen Unterschied. Schaut es euch selber an. Also, ja, kein Unterschied. Beim dritten Test haben wir dann eben ein Foto gemacht, wo wir einen hellen Bereich haben und einen sehr dunklen Bereich. Und dann haben wir eben versucht, beide so nah wie möglich aneinander heranzubringen. Das bedeutet, Schatten aufhellen, Lichter reduzieren. Das Ganze haben wir bei ISO 2000 gemacht und es ist nicht anders zu erwarten. Es ist eben so, dass bei beiden Kameras natürlich in den dunklen Bereichen ein Rauschen auftritt, wenn man die eben stark aufhält. Aber auch hier sehe ich keine wirklichen Unterschiede. Hier ist es eher so, dass der Nikon Z8 dieser Test gar nicht gefallen hat und die anderen beiden Kameras tatsächlich wenig Probleme hatten und bei beiden ausreichend Dynamikumfang vorhanden ist, um das in der Praxis einzusetzen. Ich habe auch nochmal ein Beispiel aus der Praxis mitgebracht, weil ich das einfach viel wichtiger finde. Ich habe die erste Hochzeit mit der Nikon Z63 fotografiert und auch mit der Nikon Z8. Ich hatte beide die ganze Zeit über 15 Stunden im Wechsel, im Einsatz. Morgens angefangen vom Getting Ready bis hin abends zur Braut-Worf-Szene, also wirklich ganz dunkle Szenarien. Und ich habe bei beiden Bildern jetzt in der Bearbeitung keine Unterschiede festgestellt. Also ich kann bei beiden Kameras die Schatten aufhellen, ich kann die Lichter runterziehen und das alles in einem Bereich, wo ich in der Praxis überhaupt keine Probleme sehe. Schaut euch dieses eine Foto hier an, das ist bei grellem Tageslicht aufgenommen, wo natürlich die dunklen Bereiche auch sehr auffallen und man starke Kontraste hat. Ich kann den Himmel zurückholen, ich kann die Schatten aufhellen und es sieht aus wie eine HDR-Aufnahme. Also für mich kein Problem. So und jetzt sind wir hier durch dieses Video durchgerauscht, haben uns irgendwelche unterbelichteten Bilder angesehen und geschaut, was wir da nachher zurückholen können. Warum habe ich jetzt das Video aufgenommen? Weil ich einfach finde, dass viele dieses Thema mit dem Dynamikumfang jetzt aufgreifen, um schöne Clickbait-Titel für ihre YouTube-Kanäle zu haben und das Ganze viel heißer gekocht wird, als es gegessen wird. Also in der ganzen Praxis, wo ich die Kamera jetzt eingesetzt habe, hatte ich gar keine Probleme. Und über die Hochzeit, die wir gerade gesprochen haben, ich habe Fotos gemacht mit ISO 7200, ISO 8000, selbst ISO 9000 und es gab keine Probleme. Die Bilder sehen toll aus und das ist eigentlich, glaube ich, das Wichtigste an dieser ganzen Geschichte, dass wir nicht darüber nachdenken, wie schwarz kann ich mein Bild aufnehmen und finde noch irgendwelche Bildinformationen, sondern die Frage ist doch viel eher, gefallen mir die Bilder, die die Kamera produziert, die ich so aufnehme, wie ich in der Realität auch wirklich fotografiere und da feiere ich die Z6 III absolut ab. Und da sind wir eben bei dem Punkt Bildqualität, der viel wichtiger ist als Dynamikumfang. Und die Bilder, die die Z6 III Out of Cam produziert, die Farben, die Hauttöne, sind sowas von toll. Ich kann euch leider noch nicht so viele Bilder zeigen, weil das Hochzeitspaar selbst die Bilder noch gar nicht bekommen hat, aber zumindest mal kleine Einblicke vom Drumherum. Es ist wirklich ganz, ganz toll, was aus dieser Kamera rauskommt und ich kann diese ganzen Dynamiktests nicht verstehen. Nehmt die Kamera in die Hand, probiert es selber aus und glaubt nicht irgendwelchen Leuten, die jetzt schreiben, sie könnten mit der Kamera keine guten Fotos machen. Oder ich habe auch mittlerweile schon Videos gesehen, wo geschrieben wurde, dass man mit dieser Kamera jetzt schlechtere Bilder macht. Und alter, ganz ehrlich, vor wie vielen Jahren haben die meisten von uns angefangen zu fotografieren? Da gab es bei weitem noch nicht diesen Dynamikumfang, den die heutigen modernen Kameras haben. Und trotzdem wurden früher auch schon tolle Fotos gemacht. Also wie gesagt, macht halblang bei dem Thema, glaubt nicht alles, was erzählt wird. Die Nikon Z6 III macht tolle Fotos und wenn ihr noch mehr dazu sehen wollt und mehr Praxiserfahrung dazu sehen wollt, dann schaut mal in das Video hier oben. Dort habe ich eben die Kamera für Wildlife eingesetzt und ich habe unfassbar schöne Bilder gemacht, die ich alle grandios bearbeiten konnte. Selbst Bilder, die mit ISO 10.000 und mehr aufgenommen wurden. Das hat einfach Spaß gemacht, die Bilder sind toll und in dem Sinne, ich habe jetzt gar keine Lust mehr darüber zu reden. Nehmt die Kamera, habt Spaß damit und hängt euch nicht an irgendwelchen Diagrammen auf. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und dann viel Spaß mit eurer Kamera. Egal welche es ist, macht einfach tolle Fotos. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.